Herzlich Willkommen zum Medienforum mit Weida 2022. Der Höhepunkt des Jahres. Hochprofessionell. Darauf bin ich persönlich wahnsinnig stolz und die ganze Fakultäte auch. Ein wirklich sehr cooler Kongress, den ich hier organisiert habe. Und es ist so schön, in so viele Gesichter zu blicken. Was sind die Grundlagen im Sportmarketing? Das ist unsere erste Live-Podcast-Aufzeichnung. Und da sind natürlich die Möglichkeiten auch viel größer geworden. Wo liegt der Hauptfokus beim Signing? Storytelling hat einen messbaren Einfluss, vor allem auf die Erinnerung. Dann muss man in der Lage sein zu abstrahieren und zu überlegen, okay, aber was ist der Kern? Worum geht's? Das ist sowas wie Gas und Kupplung. Wenn man das eine ein bisschen mehr drückt, muss man das andere ein bisschen weniger drücken. Wollen wir noch jemanden dazuholen? Ja, unbedingt. Das muss so ein Moment sein, wo ich so selber denke, oh wow, das würde ich mir jetzt gerne anschauen. Da hätte ich gerne jetzt einen Film dazu. Ihr seid die künftigen Filmschaffenden. Was stecken da für Ideen hinter und was löst das auch bei mir aus? Wenn man nicht davor steht und in die Türen eintritt, dann bleiben sie halt zu. Das war das Medienforum mit weiter 2022.